Erste Frage, habt ihr schon mal gestreamt oder? Die stellen Thesen auf. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Passt perfekt. Dann gehen wir rein. Ich denke, das Video wird damit anfangen, dass man komisch sein muss. Ich weiß nicht. Man muss ein bisschen komisch sein. Ich glaube, ich würde mental komplett kaputt gehen. Ich muss einen Menschen sein, der grundsätzlich immer glücklich ist. Das heißt, du findest unfair, dass du viel verdienst? Ja. Micky, wir sind so. Also Micky kenne ich. Diese Reef kenne ich. Wer war denn da jetzt noch? Schon wieder die Hälfte vergessen. Ich kenne eigentlich alle vom Sehen. Content verfolgen. Tue ich eigentlich von gar keinem. Ja, der Fritz Meinecke da. Der macht ja immer so Wildnis und so. Aber ich habe die alle schon mal gesehen. Micky kennt man halt. Reef kennt man auch. Den einen da. Hier, den Zottel da. Ich nenne ihn jetzt Zottel. Ist mir scheißegal. Den Zottel, den kenne ich nur aus kein Konzeptvideos. Der ist da Legende. Kann das sein? Denny, keine Ahnung, ob der Denny heißt. Das weiß ich nicht mal. Heißt der Denny? Den kenne ich entweder nur von Papa Latte oder aus den kein Konzeptvideos. Ansonsten erheb ich sie nicht, ey. Wir haben fünf Streamer eingeladen, um herauszufinden, ob alle gleich denken. Wenn dir das Video gefällt, lass gerne einen Like da und vergiss nicht den Kanal zu abonnieren, wenn du keins der folgenden Videos verpassen willst. Hallo. Wir beginnen direkt mit der ersten Aussage. Das Gehalt von Streamern ist fair oder angemessen? Die Frage ist super, super schwer, weil die Frage ist halt angemessen oder halt im Vergleich zu anderen ist es da fair. Und da war die Frage halt, ist es angemessen? Und jo, ich finde es angemessen, ob es fair gegenüber anderen Berufen ist, die zum Beispiel unterbezahlt sind, ist halt die andere Frage. Aber jeder, der sein Geld mit Streaming verdient, hat da auch sauviel Zeit und Energie und Lebensinhalt und Lebenssinn reingekommen. Und dann finde ich es eigentlich schon fair. Finde ich eine stabile Antwort. Ich sage auch das, was die gesagt hat. Ich hätte es aber auch gesagt. Das Ding ist immer, du sagst immer, so Social Media Bereich, ihr verdient alle zu viel. Oder das hörst du von außen stehen, ihr verdient zu viel. Einen Erzieher oder die Leute im Krankenhaus, die verdienen viel weniger, die müssen so viel verdienen. Ja, dafür bin ich auch. Dafür bin ich auch. Aber dann sind wir unter dem Strich, die anderen verdienen einfach zu wenig für den, was die da leisten. Normalerweise, wenn es nach mir geht, Krankenhaus und sowas, die müssten Creme de la Creme sein, Alter. Normalerweise. Alleine, was Arbeitszeit eigentlich, auch physisch, was du da jeden Tag siehst und sowas. Bitte nicht so nervös bei Reefd. Die steht doch eh auf Frauen. Das ist doch hier der Name, der Typ, dessen Name nicht genannt werden darf. Der hat einen Crush gehabt. Ihr nehmt das Geld da nicht weg. Ja, ich kann das schon nachvollziehen, aber wie gesagt, das was, Antonia heißt sie, glaube ich, ne? Voldemort, genau. Das, was sie sagt, passt eigentlich perfekt, weil ich investiere ja trotzdem auch meine Lebenszeit da rein. Ne? Und du kannst dir alles von Geld kaufen, aber die Zeit kriegst du nie wieder zurück. Ne? Das ist natürlich in anderen Jobs auch genauso. Aber ich muss mich 24-7 irgendwo hier mit beschäftigen, ne? Ich muss mich 24-7 irgendwo. Klar, kann ich auch mal einen Tag, sage ich jetzt mal, wie heute. Ich habe heute so vier Videos aufgenommen mit Broski. Das heißt, ich habe zwei Tage Puffer. Hat aber nichts damit zu tun, dass vielleicht andere Sachen dann reinkommen. Irgendwelche, was weiß ich, Anfragen, irgendwelche Sachen, die du klären musst. So was. Ihr wisst, was ich meine, denke ich, ne? Das ist halt immer dieses Selbst, selbstständig ist selbst und ständig. So, ne? Ich finde es aber teilweise trotzdem ein bisschen zu viel, was so bekannt ist, wie wir bekommen. Ja, aber da ist ja das Problem, Julius. Wenn du ein Placement machst und da kommt eine große Firma und die sagt, wir geben dir das Geld, dann nimmst du das Geld. Weißt du, was ich meine? Das liegt ja dann an der Firma, was die dir dann auf einmal geben. So, phasenweise kommst du da in utopische Summen für die Sache, die du dann irgendwo machen musst. Das Ding ist, heutzutage, so, ja, ich sage, für mich ist das gut, aber so schade das auch ist, aber heutzutage profitierst du aktuell, so kommt es mir vor, mehr davon, wenn du viel Reichweite hast, statt wenn du einen guten Job als Ausbildung gehabt hast. Was ich euch jetzt so sagen kann, ist, macht auf jeden Fall eine Ausbildung, weil irgendwann wird ein Kartenhaus zusammenfallen, ne? Das, was ihr in der Hand habt, aber heutzutage gefühlt Reichweite wichtiger für manche Leute, wie eine geile Ausbildung, ne? Und manche Firmen zahlen dir bewusst mehr Geld, weil es ein bisschen zwielichtig ist und die, die dann versuchen, über die Summe so ein bisschen zu catchen, ne? Ich weiß nicht, was die verdienen. Ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster. Jeder, der, die da sind, kriegen ganz andere Summen, wie ich jetzt bekomme, ja? Ich glaube, jeder von denen, die da stehen, von den fünf. Ne? Auch gerade streaming-technisch. Streaming-technisch sind die alle größer, ne? Das ist halt auch wieder, du kannst das nicht so ganz verallgemeinern, finde ich. Das kommt immer auf die Größe an, die du hast, ne? Was für ein Pensum fährst du? Du kannst ja auch, guck dir, wir nehmen jetzt mal Monta als Beispiel. Monta hat super viele Highlight-Kanäle. Der muss seine Videos nicht mehr selber schneiden. So, tut er, glaube ich, schon lange nicht mehr. Der nimmt das im Stream auf und nebenbei hat er weiteren Content, womit er auch nochmal Geld verdient. So, wenn du an dem Punkt irgendwo bist, dann, äh, dann steht dir gefühlt die Welt offen, was Kohle angeht. Ne? Weil du so viele Einnahmequellen hast. Aber wenn du deinen Kanal, ich sag mal, alleine führst, wo du alles selber schneidest und keine Ahnung was, das ist immer so, die, die Vergleiche, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ne? Und mehr Geld geht am Ende des Tages immer, ne? Ist halt ein Selbstläufer. Ja, klar, bei einigen anderen auch. Auch so Highlight-Kanäle sind in der Regel Selbstläufer. Ne? Du hast das Problem, dass du im Bereich FIFA bist. Das ist, äh, zu krass in einer Ecke. Ja, fühle ich, fühle ich auch schon ein bisschen die Aussage. Äh, das ist halt auch immer die Frage. Ich glaube, ein Broski hätte es einfacher, andere Leute in einer Sparte kennenzulernen, die, ich nenne jetzt mal lukrativ sind, wie ich jetzt. Keine Ahnung, ich kann mich auch täuschen, aber ich weiß nicht, bei mir kommt das manchmal so vor, als wenn die Leute bei mir so, ja nicht Schiss haben, aber so gehemmt sind. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht, wie ich das nennen soll. Das kann sein, weil ich komplett zu tätowiert bin und aussehe, als wenn ich die letzten 10 Jahre im Knast verbracht habe, aber das ist ja nicht so, ne? Das ist ja nicht so. Ich würde sagen, rein wirtschaftlich gesehen, kriegst du das wieder, was du leistest. Also wenn du halt einen großen wirtschaftlichen Einfluss drauf hast und quasi zum Beispiel 200.000 Umsatz generierst, warum soll ich da nicht dann auch davon viel abkriegen? Weil ich hab ja mit dafür gesorgt. Ich würde tatsächlich auch immer noch streamen und das Ganze durchziehen, wenn ich nur noch ein Drittel oder ein Viertel von dem kriegen würde, was ich jetzt kriege. Ich stimme damit nicht zu, weil das ist ein 15 Sekunden Video schnipsel auf Instagram. Das ist ein Tweet und das ist eine Stunde Streaming. Und das dann halt leicht zu setzen mit vielleicht einem anderen Beruf, finde ich nicht gerechtfertigt. Obwohl man ja dazu sagen muss, diese 15 Sekunden, was ich Instagram-Starreter-Stunden-Stream, kriegst du ja auch nur, weil du, keine Ahnung, zwölf Stunden am Tag über jahrelang da reinbutterst. Richtig. Das ist ja dann nur, wo du erntest in dem Moment. Du siehst irgendwie die ganzen Kartoffeln, holst sie raus und verdienst. Genau, man erntet das, was man sieht. Das heißt, du findest unfair, dass du viel verdienst? Ja, schon. Du kannst ja alles, kannst ja 90 Prozent dann spenden. Ja, 90 Prozent nicht, aber man tut ja auch viel dafür. Aber wenn du mal da vielleicht ein Event machst oder machst dafür etwas Gutes, dafür kannst du das einsetzen. Ja, klar. Ich glaube generell, als selbstständige Person hat man immer seinen Stress und viele selbstständige Berufe werden einfach überdurchstlich krass bezahlt. Wenn jemand was erfindet oder irgendwas macht, dann muss man natürlich nicht immer nur sagen, jo, hat der so und so viel Zeit und so und so viel Geld reingesteckt, sondern funktioniert die Idee halt einfach. Und bei manchen Leuten funktioniert die Idee halt einfach. Sagen wir, wenn jemand steckt 10 Stunden Arbeit in was rein, er findet was, wird davon Milliardär. Okay, es ist vielleicht nicht gerechtfertigt, aber er hat es verdient, weil er hatte diese Idee. Die Frage war doch halt auch, ob das gerecht, gerecht. Und dem stimme ich halt nicht ganz zu, aber schon mehr zu. Weil wenn man jetzt dem Aspekt beiläuft, dass andere zu wenig verdienen, dann finde ich es wiederum sehr annehmbar. Jeder kann erfolgreicher Streamer werden. Also gefühlt geht es ja diesmal, ich wäre hier. Ich wäre hier bei Micky und bei Danny. Mehr in eine Richtung, der eine mehr, der andere weniger. Natürlich haben viele Leute Potenzial dafür, aber diese Aussage, jeder, dass wirklich jeder das kann, glaube ich nicht. Nein, also das macht halt keinen Sinn. Aber wenn sich jetzt jemand, der sehr viel Reichweite hat, irgendeine Person aussucht und sagt, dich mache ich erfolgreich, würde das möglich sein mit jeder Person? Nein. Wenn die Frage heißen würde, kann man jetzt noch mit Twitch erfolgreich sein, wenn man zum Beispiel Bock darauf hat, dann auf jeden Fall ja. Aber dieser Punkt, kann jeder damit erfolgreich sein, ist glaube ich so, weiß ich nicht, also es muss halt die Passion, die Flamme da sein. Und die hat ja nicht jeder. Es muss auch die permanente gute Laune sein. Also das kann auch nicht jeder, dass man sagt, heute, egal wie es mir geht, egal was mir passiert ist, ich habe heute einen Livestream, klar kann ich den absagen, aber ich muss auch gut drauf sein. Ich muss ein Mensch sein, der grundsätzlich immer glücklich ist. Aber ich finde es auch mal völlig okay, wenn jemand vielleicht auch mal einen Scheißtag hat und trotzdem online ist. Authentisch, authentisch, dass man mit dem Teil merkt, ey Leute, heute ist irgendwie ein Scheißtag, aber egal, ich gehe trotzdem online. Aber diesen Moment, dieses über den Schatten sprengen und sagen, heute geht es mir scheiße, aber ich gehe trotzdem online. Und dann mit der Community wieder sagen, ey ich habe ja heute einen Scheißtag und ich bin trotzdem da und man kommt so rein. Acht Stunden am Stück irgendwas auf die Beine zu stellen, was andere Leute als Unterhaltung bezeichnen, das ist auch nicht einfach. Ich sage jetzt mal so, es gab natürlich kleinere Streamer, wo ich immer mal reingeguckt habe oder so, die hatten eine Persönlichkeit, die war halt absolut scheiße. Und wenn die Persönlichkeit auch nicht stimmt, dann, also in meinen Augen. Muss halt von der Persönlichkeit her auch eine gewisse Form von einem Unikat sein. Ich glaube, da haben wir vorhin ein bisschen drüber gesprochen, dass jeder Streamer einen gleichen Knacks hat irgendwie. Also man muss schon ein bisschen durch sein. Also nicht aus einer... Also nicht aus einer... Verhalten ist gestürzt und gewissen Verhalten ist gestürzt und gewissen Störungen sind normal. Ja, das sticht raus. Auf Grundvoraussetzung. Grundvoraussetzung. Haben Sie eine Verhaltenstörung, dann kann das klappen. Man muss ein bisschen komisch sein. Wenn man sich jetzt hier jeden von uns anguckt, jeder ist so ein bestimmter Charakter, schwer vergleichbar, jeder hat seine Sachen, wo die Community richtig geil findet, das feiere ich bei dem und deswegen gucke ich auch ihm. Und das müssen einfach Aspekte sein, die gegeben sein müssen. Aussehen bei mir. Glasklare Gisse. Was sagt ihr zu dem Statement, ich habe mehr Probleme, seitdem ich in der Öffentlichkeit stehe? Bleibt ihr hier? Ja. Okay. Wohnen die beide auf... Ne, der wohnt gar nicht auf Madeira, ne? Sie wohnen auf Madeira, ist schon mal abgekapselt ein bisschen irgendwo. Die anderen alle Deutschland, meine ich, ne? Krass. Also ich habe gerade darüber nachgedacht und ich sage, Probleme sind gefühlt immer noch von der Anzahl die gleichen. Sie verändern sich nur. Umso größer du wirst, umso erfolgreicher du wirst, umso schlimmer werden vielleicht auch manche Probleme, aber umso mehr wächst du auch an ihnen. Deswegen bin ich jetzt bei neutral geblieben, weil Probleme, die verschieben sich nur. Aber es werden für mich nicht mehr, es werden einfach nur andere. Ich wäre ein neben neutral gegangen. Genau, das wollte ich sagen. Einzelne Leute. Könnt ihr mal so ein Problem nennen, wo ihr sagt, es ist so richtig verbunden mit dem... Äh, privat. Dass Leute hier vorbeikommen, wo ich mehrmals gesagt habe, es ist okay, dass ihr wisst, wo ich wohne, aber ich habe ein kleines Kind jetzt hier, was auch mal schlafen möchte und wenn Leute hier in der Nacht oder keine Ahnung was ankommen und anklingeln, das sind Sachen, die absolut für mich nicht fit gehen und die vorher halt nicht so waren. Das würde ich sagen, ja. Das ist so dieses... Dieses phasenweise Respektlose, so, ne. Falls das damit gemeint war, ich gehe von aus, ne. Das ist aber auch nicht richtig, dass er nichts zeigt auf Instagram. Man weiß doch auch, dass er Papa ist, wie er so wohnt und so. Komplett abschotten ist ja nicht richtig, ne. Weißt du, ich habe man seine Frau schon mal gesehen, das wahrscheinlich nicht, ne. Das ist so eine Privatsphäre. Oder die hat keiner fahren mit 20 Minuten mit dem Auto hinterher, verfolgen einen die ganze Zeit. Natürlich ist es wieder ein Problem, aber wenn ich halt zurückdenke, wo das nicht war, hatte ich halt andere Probleme, die mir damals für das Verhältnis halt auch gleich... Ja, kann man auch so sehen. Ist auch wieder ein Problem, aber es verschiebt sich einfach nur. Was haltet ihr von dem Statement, ich arbeite überdurchschnittlich viel? Ey, ich verfolge... Ich kenne den nur aus kein Konzeptvideos, ne. Will den auch gar nicht flamen, so, ne. Der kommt mir wirklich wie so eine sympathische, treu, doofe, positiv gemeint, trottlige Person rüber, so, weißt du? So einen treu, doofen. Ich hätte den genau hier reingehauen, ne. Danny, aber ehrlich. Ja, ne, kein, das meine ich ja, weißt du? Das meine ich ja. Das meine ich ja. Ich wär hier, ja. Ich wär auch hier. Gleiche Worte wie Browsy gestern. Ist das so? Das ist voll schwer, weil man muss halt vergleichen mit was. Hab Browsy es aufgeguckt? Wenn du es mit anderen selbstständigen Tufen vergleichst, dann nicht. Wenn du es mit jemandem vergleichst, der vielleicht seine geregelten Arbeitszeiten hat, dann vielleicht schon. Ja, nein, ich meine halt so, ich vergleiche es halt so mit euch, so von Streaming-Zeiten her. Jetzt nicht bei mir wegen der Arbeitszeit. Ich stream halt absolut wenig. Ich stream wie oft drei Stunden am Tag. Und dann bin ich auch fertig. Ein guter Typ. Ja. Ja, es geht immer mehr so. Guck mal, in den Masken oder so. Ja, ja, ob es geht mehr, aber privat ist halt ein bisschen Stress. Ja, aber privat ist halt ein bisschen Stress. Aber ich glaube, wenn man den Durchschnitt betrachtet, dann arbeiten, dann sind wir, glaube ich, fast immer in unserem Beruf, wenn man das nicht abstreiten lernt. Mental bist du eh immer. Das stimmt. Ja, egal wie oder wann. Und dann ja auch der Punkt, ja, was ist denn jetzt Arbeit? Wie definiert man das? Weil ich habe immer das Gefühl, Arbeit ist halt eigentlich die Definition, du machst was, um Geld zu verdienen. So, da können wir das alle da mit reinzählen. Aber zum Beispiel bei Zuschauern merke ich das ganz oft, die sagen dann, ah gut, jetzt vier Wochen nach Madeira, schönen Urlaub. Ich denke mir so, ja nee, ist zwar geil dort, aber ich arbeite da normal weiter. Ich mache meinen Kram immer noch, ich mache meine Videos, ich drehe. Und deswegen, überhaupt die Definition Arbeit ist in vielen Köpfen so, ja okay, das ist was, wenn du was machst, wo du Geld verdienst, aber es ist auch irgendwie scheiße, du bist froh, wenn Feierabend ist. Und ich glaube, bei uns ist es halt ja Leidenschaft, wo wir sagen, klar ist Arbeit, aber irgendwie auch geil und das verschwimmt das immer so. Ja. Wir stehen alle hier, wir arbeiten, kriegen aber nicht immer Geld dafür, Dave. Nein, aber es macht ja irgendwie geil, aber es ist halt trotzdem wieder Arbeit. Dave? Wer war? Dave Melzer macht das? Oder das Studio da? Wir haben am Sonntag und ich bin seit 6 Uhr unterwegs. Auch die Sache mit Urlaub. Wenn ich an Urlaub denke, denke ich, ich nehme mein Kameraequipment mit, jetzt wird gewloggt. Ja. Ich glaube, wir arbeiten wahrscheinlich alle ähnlich viel wie Leute, die sich gerade ein Business aufbauen. Freundschaften leiden durch Streamen oder habe ich durch Streamen verloren? Ja. Safe. Nochmal was? Ich habe dich vorher jetzt nicht ganz... Ah, Bruder! Ey! Ich habe gedacht, Benji wäre verpeilt, ne? Aber das kriegt hier gerade ganz andere Dimensionen, ne? Das kriegt hier wirklich gerade absolut andere Dimensionen. Richtige Benji-Vibes hier gerade. Die Frage nicht verstanden. Angenommen, du steckst jeden Tag 8 Stunden rein und es ist ein Kumpel, der hat dann auch nur am begrenzten Zeitraum Zeit. Kannst ja auch nicht mehr viel mit ihm machen, wenn du beispielsweise deinen Stream fertig machst und er halt dann zu dem Zeitpunkt, wenn du fertig bist, was anderes machen muss. Vor allen Dingen, weil die meisten Streamer haben Streaming, wo die meisten... Ich wäre hier zwischen noch hinter den beiden Linien. Ich denke mir aber auch, das kriegt man trotzdem hin. Weil wenn man sich diese Off-Days nimmt... Ja, aber das muss dann irgendwie auf Krampf sein. Weil du musst ja auch mal irgendwann die Energie und Kraft haben, so wie ich 100% da bei dem Ding zusammen bin, wenn du was unternimmst. Werke das schon, wenn man normal beschäftigt ist, ne Freundin und so hat, dein Stream, Digger, wann? Wenn ich streamen will, hat Freundin Zeit, das ist echt schwer zu timen. Absolut, ja. Absolut. Ich habe es jetzt auch nochmal mit Nico gemerkt, bei mir muss ich wirklich sagen, hätte ich Nina nicht an meiner Seite... Also hätte ich jemand anderes geheiratet wie Nina, hätte mit dieser Person ein Kind bekommen, würde ich zu 95% heute das nicht mehr so machen können, wie ich es machen kann. Weil Nina entlastet mich in so vielen Sachen so extrem. Das wird nicht funktionieren. Klar kannst du sagen, vielleicht hättest du jemand ähnliches kennengelernt, der da vielleicht... Ich habe Ex-Freundinnen gehabt, die auch mit YouTube irgendwo dann zu tun hatten. Das hat nicht funktioniert. Das hat einfach nicht funktioniert. So viele Dinge werden nicht verstanden, weil man immer die Sichtweise, das Halligalli, was du da gerade machst, das alles Larifari, das einfach Wischiwaschi, was du da machst, erzähl mir nichts, lass das halt ausfallen oder mit dieser Woche einfach mal gar keine Videos und keine Ahnung was. Und Nina sagt halt wirklich, ja komm, klar, wir wollten heute was machen, dann mach das fertig, dann machen wir das an einem anderen Tag. So, weißt du? So gar keine Probleme. Gar keine Probleme, was sowas angeht. Klar merkt man manchmal, dass sie auch ein bisschen enttäuscht dann ist oder so, aber das ist nicht... Ich habe nie das Gefühl, zum Beispiel bei ihr, dass sie mir das irgendwann vorenthalten würde. So. Oder, dass wenn mal Streit wäre, wo ich sagen muss, wir sind jetzt sieben Jahre zusammen, sieben, acht Jahre, irgendwann zähle ich nicht mehr mit, so roundabout, wir hatten noch nicht einmal in der Zeit richtig Streit, geschweige denn Streit, wir hatten ein paar Mal so Meinungsverschiedenheiten und die waren nach 20 Minuten dann halbe Stunde, maximal eine Stunde, war das Ding dann durch, ne? Also da wirklich, da, äh, da kannst du ja nur Props aussprechen, ne? Guck mal, ich stream, die macht die Kohle an oben, was willst du denn? Ich brauche nur Handy, die sagen, ich brauche drei Kohlen, zack, dann sind die Kohlen an, ne? Was ist denn? Ja, passt doch. Passt doch alles. Es ist aber sehr wichtig, dass man Leute hat, die nichts immer mit dem Streaming-Bereich zu tun haben, weil man außenstehende Person auch braucht, sonst geht es immer nur in deinem Kopf um die eine Sache. Die andere Sache ist, finde ich, warum ich jetzt auf neutral stehe, da war ja noch die Frage, ob Personen sich von einem distanzieren, ne? ich finde, das ist nicht der Grund, deswegen stehe ich auch bei neutral, weil, wenn das Leute machen, dann liegt das nicht an der Arbeit, die du machst. Wer keinen Respekt davor hat, was deine Arbeit betrifft, ähm, den brauchst du auch in deinem Leben nicht, denk ich. Das sehe ich auch so, aber trotzdem habe ich einige, so wo man merkt, spontan. Deswegen stehe ich so ein bisschen anders. Ich habe mir von Anfang an gesagt, okay, Twitch ist für mich eine Spielwiese, habe ich Bock drauf, aber es gibt keine Streaming-Zeiten, so, und ich gehe halt einfach dann online, wie ich Bock habe, so. Ich habe schon mal aus dem Nichts einfach 14 Stunden Streaming gemacht. Ja, komm mal. Klar. Ich glaube, das ist der große Unterschied, wenn du halt wirklich sagst, ey, sechs Mal die Woche, immer von dann bis dann, weil ich da meine Core Community habe, dann, klar, dann schränkt das ein, aber gefühlt baue ich das Streaming bei mir immer in meine Lücken rein. Okay. Bei mir leidet da keine Freundschaft drunter, würde ich nicht sagen.